Klar, natürlich auch im besten Fall mit Energie in die dritte Liga aufsteigen möchte. Einfach, weil ich das als Kind schon immer so ein Traum war, da irgendwann mal zu spielen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, dass wir das schaffen, alle zusammen. Und mit so einem geilen Verein ist das dann natürlich noch mal was ganz Besonderes.